Herzlich willkommen zur Vorbesprechung Tutorium Anatomie und eben dieses Jahr eben aufgrund eben der Corona-Umstände leider nur digital, deshalb darf ich jetzt anstelle von der Frau Direktorin, Frau Professorin Helga Fritsch und den Kollegen Romet Hörmann Sie alle hier bei mir im Büro begrüßen und ja aber nichtsdestotrotz werde ich mich bemühen Sie alle zu informieren und Ihnen zumindest das Wichtigste des Tutoriums Anatomie zu erklären und ich würde sagen dann fangen wir gleich an. So und das Wichtigste eigentlich zuerst das Ziel des Tutoriums Anatomie ist eigentlich die praktische Anleitung und Unterstützung der Studierenden in den Sezierkursen, sprich wir reden hier von einem Practical Near Peer Teaching und nicht von einem Theoretical Near Peer Teaching, sprich ihre Aufgabe ist es nicht die Studierenden vollzulabern mit der theoretischen Anatomie, nein Sie sollen Ihnen eben zeigen, wie Sie an der Leiche die Dinge richtig, sauber und schnell präparieren. Das heißt Ihre Ausbildung, die Sie hier innerhalb von eineinhalb Jahren absolvieren sollten, beinhaltet eben eine praktische Anleitung, sprich Sie müssen gutes, schnelles Präparieren lernen, dabei helfen wir Ihnen alle selbstverständlicherweise. Und das, was Sie gelernt haben, auch in Ihrem Sezierkurs und dann eben hier weiters im Tutorium Anatomie, sollen Sie den Studierenden weiter beibringen. Okay, sehr, sehr wichtig, weil viele verwechseln das. Sie glauben, die Aufgabe eines Tutors oder einer Tutorin besteht darin, dass Sie eben den Studierenden die Anatomie vorbeten und Sie, sage ich jetzt mal, wie ein wandelndes Anatomie-Lexikon sein sollen. Nein, das sollen Sie eben nicht. Diese Aufgabe erfüllen wir, die hier auf der Anatomie fix als Ärzte und Ärztinnen arbeiten. Das ist unsere Aufgabe und Ihre Aufgabe ist es, uns zu unterstützen und die Studierenden praktisch anzuleiten. Und deshalb eben auch soll der Gruppenleiter oder die Gruppenleiterin, soll Ihnen eben die Schritte vorzeigen, beziehungsweise in den Vorbesprechungen das Relevante beibringen. Und das ist eben unsere aller Hauptaufgabe. Sprich, dieses Recht, dass Ihnen was gezeigt wird am Präparat, also wie man eben gewisse Dinge präpariert oder wie man gewisse Dinge auch schneller oder besser darstellt, das dürfen und sollen Sie auch einfordern und können das auch selbstverständlicherweise auch den Studierenden gegenüber verteidigen. Sprich, Sie müssen nicht immer alles wissen und nicht immer alles können, aber Sie sollen, wo es geht, eben uns unterstützen und eben sich selber laufend fortbilden. Und prinzipiell laufen die Sezierkurse nach der Seziieranleitung ab, insbesondere der große Sezierkurs, also sprich das Modul 2.01 Anatomie Teil 2. Dort ist eben wichtig, dass Sie sich an die Anleitung halten, sprich Step by Step die Präparationsschritte durchführen und sich dann auch eben mit der Früh- und Spätgruppe absprechen. Klarerweise dieses Jahr wird das eher auf digitalen Medien, also mit WhatsApp oder Ähnliches passieren. Ansonsten klarerweise wäre das persönliche Gespräch immer besser, als wie jetzt einfach nur SMS zu schreiben. Dann noch was Wichtiges für Sie alle bitte, Sie müssen sich selbstständig im Insight anmelden und zwar einmal bei den Grundlagen der anatomischen Präparation und dort ist wichtig, wenn Sie einsteigen im Insight ist eigentlich bei mir und auch bei Ihnen sicherlich auch gleich das Wintersemester 2020, 2021 eingestellt. Sie müssen dann bitte auf das Sommersemester 2020 gehen und sich dort bei den Grundlagen der anatomischen Präparation anmelden. Ich habe da eine Gruppe freigestellt, ja nicht freigestellt, sondern erstellt und die Anmeldung ist eben freigeschaltet. Das wollte ich eigentlich vorher sagen. Die Anmeldung ist bis ungefähr Mitte Oktober freigeschaltet, aber bitte, sobald Sie das hören, melden Sie sich einfach sofort an. Das Gleiche gilt für die Besonderheiten der anatomischen Präparation. Dort ganz normal, Wintersemester 2020, 2021. Grundlagen der Didaktik DETO und da melden Sie sich noch für das Tutorium Anatomie 2021 an. Ich habe da überall Gruppen erstellt, damit Sie eben sehen, dass die da reingehören und insgesamt erhalten Sie eben für die Ausbildung, sprich für das Tutorium Anatomie, Wahlfachstunden in einem fast schon unerhörten Ausmaß von zehneinhalb Semesterstunden. Aber wie wir wissen, wie Sie logischerweise auch wissen, ist das Tutorium Anatomie ja doch mit einem ziemlichen Aufwand verbunden und der schlägt sich dann eben auch in dieser doch sehr großen Anzahl an Semesterstunden wieder. Immerhin braucht man für das Abschluss des Medizinstudiums 15 Semesterstunden und eigentlich muss man schon sagen, also durch das Tutorium Anatomie erreichen Sie eben einen Großteil von diesen Stunden. Deshalb eben bitte anmelden zu diesen vier Lehrveranstaltungen und dann kann ich Ihnen auch eben die Noten, sprich die Semesterstunden dann auch eintragen, sonst bekommen Sie diese eben Stunden eben nicht. Das passiert eben nicht automatisch. Also bitte, ich wiederhole mich nochmals, dass Ihnen etwas langweilig wird auch. Bitte melden Sie sich für diese vier Lehrveranstaltungen im IMEDS Insight an. Und dann haben wir auch noch im Elias eine Gruppe. Dort würde ich Sie auch bitten, sich anzumelden. Die Gruppe heißt Tutorium Anatomie, das Institut für klinisch funktionelle Anatomie. Und dort können Sie nicht direkt beitreten, weil es eine Gruppe mit Zugangsbeschränkung ist. Die, also Ihre Beitrittsanforderung oder Anfrage muss man eigentlich sagen, die wird dann von mir bestätigt. Klarerweise mache ich das nicht stündlich, aber ich schaue da eigentlich wöchentlich schon hinein. Vor allem jetzt am Anfang vom Semester schaue ich da öfters hinein und bestätigt dann Ihre Anmeldung. Und dort finden Sie zum Beispiel auch für die Vorlesung zu den Grundlagen der Didaktik von Professor Brenner und können sich die dann anschauen und auch andere administrative Dinge, sprich wie Ihr Semesterzeugnis und Ähnliches finden Sie dann dort in dieser Elias-Gruppe. Prinzipiell sollten Sie das noch nicht in Erfahrung gebracht haben, besteht eben das Tutorium Anatomie aus drei Säulen. Einmal den Grundlagen der anatomischen Präparation, das findet eben immer im Sommersemester statt, heuer eben aufgrund Corona leider nicht. Ansonsten wäre diese Veranstaltung dazu gedacht, dass Sie sich beweisen, sprich in Kombination mit der Empfehlung Ihres Gruppenleiters oder der Gruppenleiterin und die erstellen dann eben auch immer ein Ranking und Ihrer Performance von Grundlagen der anatomischen Präparation, weil da hätten Sie ja normalerweise an einen Körperspender eben Haut, subkutales Fettgewebe und Muskulatur präpariert. Da werden Sie dann eben von uns bewertet worden und je nachdem hätten wir Sie dann noch gerankt und je nachdem, wenn Sie jetzt die Nummer drei keine Ahnung bei wem waren und dann auch aber sehr gut präparieren können, dann hätten Sie mehr oder weniger fast sicher eben eine Aufnahme in das Tutorium Anatomie bekommen. Heuer eben etwas anders, aber nur, damit Sie Bescheid wissen. Dann findet jetzt im Wintersemester die Besonderheiten der anatomischen Präparation statt, sprich dieses Jahr werden wir das direkt aus dem Hörsaal in diese Zierseele filmen, weil es wird ja zum Glück aktuell, danke auch an die Medizinische Universität Innsbruck an dieser Stelle, die eben keine Kosten und keine Müden gescheut hat und uns eine doch sehr, sehr moderne Audioanlage und Videoanlage eigentlich zur Verfügung gestellt hat. Sprich, da können wir jetzt direkt vom Hörsaal in alle drei Zierseele übertragen und dort eben während diesen Übertragungen müssen, sollen sie anwesend sein und je nachdem uns die einzelnen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern dabei unterstützen und darin geht es eben in den Besonderheiten einer anatomischen Präparation, weil wir dort eben besondere, wie der Name schon sagt, Präparationsschritte zeigen und sie uns da unterstützen, wie zum Beispiel Toaxeröffnung, Abdomeneröffnung, Schädeleröffnung, Gehirnpräparation, alles was, sage ich jetzt mal, eben etwas Besonderes ist. Und dann gibt es noch das Grundlagen der Didaktikseminar, das beinhaltet eben eine Einführungsvorlesung von Professor Brenner, die wie vorher schon gesagt, auf Elias zu finden ist und prinzipiell sollten sie dann bei den anatomischen Demonstrationen 1 und 2 die Betreuung von den Studierenden übernehmen und damit eben bekommen sie diese dritte Säule des Tutoriums. Eben das habe ich jetzt schon gesagt, hier die Grundlagen, da überspringen wir jetzt weiter und hier auch eben und wie gesagt, normalerweise finden ja die anatomischen Demonstrationen 1 und 2 statt. Dort sollen sie die Dinge, die ihnen Professor Brenner in seiner Einführungsvorlesung erklärt, also sprich, was bedeutet Near-Peer-Teaching, was für unterschiedliche Arten gibt es von solchen Dingen, sollten sie eben diese Sachen praktisch anwenden und in einer Kleingruppe eben selbstständig einen Unterricht organisieren und selbstständig abhalten. Sprich, soll man sagen, die kleine Theaterbühne, bis sie dann eben in den Hollywood-Blockbustern dann eben mitspielen. Und für das Tutorium Anatomie prinzipiell wird von ihnen erwartet, dass sie eben den großen Sezirkus, also sprich Modul 2.01, Anatomie Teil 2 eben betreuen und eben den kleinen Sezirkus, also sprich Sezirkus Bewegungsapparat. Und ich sage es immer nur im Voraus, planen sie eben diese Betreuungspflicht, die sie haben, um das Tutorium Anatomie erfolgreich abzuschließen mit ihren eigenen persönlichen Studienfortschritt. Sprich, es gibt ja eben KMPs, die auch sie schreiben müssen und auch sollen, sonst klappt das ja nicht mit ihrem Studium. Und eben beachten sie das eben in ihrer Semesterplanung, je nachdem eben welche Gruppe, also frühe oder spätgruppe im Sezirkus sie betreuen. Und nachdem sie eben diese drei Säulen erfolgreich abgeschlossen haben, bekommen sie eben im IMED Insider für eine Note plus insgesamt, also sprich nach erfolgreicher Betreuung vom großen und kleinen Sezirkus und der Erstellung eines Präparates, bekommen sie dann den Abschluss des Tutoriums Anatomie und dafür bekommen sie insgesamt sieben Semesterstunden eben und mit den anderen Lehrveranstaltungen dann zehneinhalb. Und wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben und dann vielleicht noch ein Jahr unbezahlt oder mit einer bezahlten Stelle am Haus tätig waren, können sie eben ein Empfehlungsschreiben von der Direktorin beantragen. Und dazu bitte schreiben sie eine Mail an den Herrn Dr. Michael Rakop at imed.ac.at. Das ist unser Institutsreferent. Und dort bitte also einfach nur relativ formlos hinschreiben, sagen ja, ich möchte gern ein Empfehlungsschreiben beantragen. Dabei aber bitte immer das Geburtsdatum angeben und die Dauer ihrer Tätigkeit mit Angabe der Semesterjahreszahlen. Sprich, ich habe die Ausbildung, sie als Beispiel, ich habe eben die Ausbildung im Sommersemester 2020 bis zum Sommersemester 2021 gemacht und bin dann ein Jahr lang, sprich Wintersemester 2021-2022 bis Wintersemester 2022-2023 als bezahlter studentischer Mitarbeiter am Haus tätig gewesen, damit sie das eben bitte angeben, weil dann wird das eben im Empfehlungsschreiben hineingeschrieben. Damit eben je nachdem, wo sie das eben einreichen, beziehungsweise sicherlich zu ihren Bewerbungsunterlagen hinzufügen, damit das eben Hand und Fuß hat, damit jeder sieht, wie lange sie auch am Haus hier waren. Kann ich Ihnen dann auch verraten, dass immer noch zum Glück, muss ich sagen, spricht auch für uns, spricht auch irgendwo für Sie alle, die bei uns am Haus tätig sind, dieses Empfehlungsschreiben oder Tätigkeiten an der Anatomie sind immer noch ein gern gesehenes Beiwerk in ihren Lebensläufen, insbesondere bei inversiven Fächern oder Fächern, die mit Bildbegebung zu tun haben, sprich Radiologie, Anästhesie, Chirurgie wird aber auch eine Chef einer inneren Klinik sicherlich auch begeistern, weil irgendwo Medizin studiert haben ja viele Menschen. Das sind ja nicht die einzigen, sondern sind mindestens ungefähr, keine Ahnung, 350, 400 andere Personen, die das auch jedes Jahr abschließen. Sprich, irgendwie müssen sie versuchen, sich von diesen hunderten anderen Leuten und dann, wenn sie sich dann auf eine Stelle bewerben, sind es ja dann theoretisch zumindest Tausende, sie müssen sich von denen ja irgendwie absetzen, damit ihr zukünftiger Chef oder Chefin ja auch weiß, ja warum soll ich sie anstellen überhaupt? Und wenn sie vorweisen können, dass sie neben ihrem Studium, also sprich neben dem, was eh jeder macht, noch zusätzliche Tätigkeiten, zusätzliche medizinische, fachliche Tätigkeiten durchgeführt haben, wird das sicherlich jeden Chef freuen, weil das am Anfang vielleicht nicht der große Experte in ihrem kleinen Fach sind, weiß jeder. Aber der große Unterschied ist, dass wenn sie sagen, okay, ich bin bereit mehr zu arbeiten, bin ein fleißiger Mensch, dann bekommen sie sicherlich mit einem höheren Erfolg oder zumindest mit einer größeren Chance die Stelle, die sie sich auch wünschen. So und jetzt bekomme ich Telefon, wird weggedrückt, so schaut's aus. So und nach eben Abschluss ihrer Ausbildung können sie sich auf eine bezahlte Stelle der Universität bewerben, nicht der Anatomie. Es ist wichtig zu wissen, weil wir immer Anfragen bekommen, wann denn die Ausschreibung stattfindet für diese bezahlten Stellen. Das wird von der Universität organisiert und bestimmt nicht von der Anatomie, okay. Deshalb ist auch die Anatomie nicht ihr Dienstgeber, das ist die Universität. Wir beziehungsweise die Direktorin sind ihre Dienstvorgesetzten, also sprich, wir können ihnen vorschreiben, wie und was sie zu arbeiten haben, aber die Universität vergibt die Stelle und sie sind auch an der Universität angestellt, nicht direkt bei uns am Haus. Das ist nur wichtig für organisatorische Rückfragen, sprich, wenn sie sich beworben haben, müssen da bitte an der richtigen Stelle ihre Anfragen stellen. Und prinzipiell unter dem Punkt laufende Agenten, also wer ist für was zuständig? Ich bin zusammen mit der Frau Professor Helge Fritsch und mit dem Kollegen Romet Hörmann eben für ihre Ausbildung zuständig. Also wir planen und organisieren, wie diese Zierkurse ablaufen und auch generell die Abläufe von den Zierkursen, machen ihre Einteilung zu gewissen Dingen und eben bestimmen auch, ob gewisse Dinge in der Ausbildung verändert werden oder nicht. Und dann gibt es eben noch andere wichtige Personen, die uns und auch sie, dann unterstützen wir die Frau Relate Spieler, die befindet sich im dritten Stock, sprich gleicher Stock, wo auch ihr Aufenthaltsraum-Umkleideraum ist und die Frau Spieler wascht eben ihre Mäntel, sprich, wenn sie am Anfang ihrer Tätigkeit im Haus sind, gehen sie einfach zu ihr, besorgen sie sich dort einen Mantel und dankenswerterweise wäscht die auch ihren Mantel. Sprich, das heißt, sie gehen mit ihrem dreckigen Mantel zur Frau Spieler und bekommen dort dann einen sauberen Mantel. Sprich, was heißt das? Eigentlich gibt es keinen Grund, dass sie eben, im Unterschied zu den Studierenden, mit einem dreckigen Mantel durchs Haus laufen. Also bitte einfach zur Frau Spieler gehen, die ist sehr, sehr nett und die gibt ihnen immer einen sauberen Mantel. Und der Herr Dr. Michael Rakob ist unser Institutsreferent, der sie im ersten Stock beheimatet und der macht eben auch die Schlüsselausgabe für ihre Spinde im Umkleideraum. Also auch dort bitte dann am besten gleich am Montag bei ihm vorstellig werden. Dieses Jahr ausnahmsweise ohne vorhergehende Terminvereinbarung, also sprich, normalerweise ist er auch da, aber eben wegen Corona bräuchten sie normalerweise für den Parteienverkehr einen Termin bei ihm. Dieses Jahr, halt Entschuldigung, nicht dieses Jahr, sondern am Montag nicht, damit es einfach wird. Aber bitte halten sie trotzdem die Abstandsregeln, halten sie trotzdem die Hygienemaßnahmen ein und dann bekommen sie ihren Schlüssel und dann läuft das alles reibungslos ab. Und der Kollege Robert Hörmann, der ist im dritten Stock beheimatet und der organisiert die Präparate, sprich, der stellt ihnen die Präparate zur Verfügung, welche sie eben erstellen müssen und mit denen können sie dann auch reden, was sie präparieren wollen. Also der wird ihnen sagen, was wir das Institut für Präparate brauchen. Aber wenn sie besondere Wünsche haben, können sie das alles eben mit dem Kollegen Hörmann absprechen. Der hilft ihnen da gerne weiter und bewertet sie dann auch, also sprich, der benotet diese Präparate, die sie erstellt haben und leistet ihnen dann aber auch dafür Hilfestellung. Wenn sie mal nicht weiterkommen, können sie sich eben auch an ihn wenden, was alles Präparatorische betrifft. Prinzipiell möchte ich sie bitten, dass sie eben im Tutorienzimmer Ordnung halten, sprich, keine Schuhe, keine Unterwäsche, keine Ahnung, Pullover, keine Mäntel, keine Jacken, sollen am Boden liegen. Es ist eigentlich genug Platz, damit man das sauber aufhängen kann. Und generell, nachdem ich das eben von ihren älteren Kolleginnen und Kollegen schon öfters gehört habe, es darf gerne auch im Jahr 2020 ein gewisses Maß an Höflichkeiten am Haus herrschen. Sprich, wenn sie neu im Haus sind, oben zum ersten Mal in den Zimmer kommen, hineingehen, ihre Kolleginnen und Kollegen sehen, da darf man gerne auch mal Hallo sagen, da darf man sich auch gerne vorstellen. Das Gleiche gilt für das Personal im Haus, da darf man ruhig einmal sich eben bei den einzelnen Personen hier vorstellen und prinzipiell am Gang grüßen. Ich kann mir vorstellen, manche werden jetzt lachen, aber man muss schon sagen, in den letzten Jahren sind diese, ich sage jetzt mal, hat jetzt nicht mit Anstandsregeln zu tun, sondern eigentlich in meinen Augen zumindest mit einem Mindestmaß an Höflichkeit. Sprich, es darf am Gang gerne gegrüßt werden. Wir grüßen dann auch zurück. Sollte jemand nicht zurückgrüßen, sofort bei mir melden. Ansonsten wären sie sonst noch zuständig eben auch für die Betreuung der Hauptvorlesung. Dieses Jahr eben wird diese aller Voraussicht nach das ganze Jahr digital stattfinden. Ansonsten würden sie dann eben manchmal Präparate in die Zurvorlesung tragen und dort sollen sie bitte unbedingt auf die adäquate Präparatepflege achten. Präparatepflege ist auch im Sezirkus sehr wichtig. Sprich, da sollten auch sie eben kontrollieren, ob die Studierenden regelmäßig das Präparat befeuchten und das liegt auch eben in ihrer Verantwortung, dies durchzuführen. Dasselbe gilt, wenn sie nicht nur für die Hauptvorlesung, sondern auch für andere Vorlesungen Präparate herrichten sollen, dann, dass sie der Bitte der Acht geben, dass sie bitte eben diese immer feucht halten und sie diese Bitte nicht beschädigen oder zerstören. Und prinzipiell müssten sie bitte auch dafür Sorge tragen, dass während der Assessments, sprich während wir Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter beim Prüfen sind, dass eben an den Gängen Ruhe herrscht und eben nur die Personen anwesend sind, welche geprüft werden. Sprich, kein Prüfungstourismus wird dieses Jahr eh eher nicht passieren, nachdem eben die Maßnahmen nicht eine große Anzahl an Personen am Haus genehmigen, aber trotzdem war es sehr, sehr störend, wenn da die ganze Zeit Leute rein und raus rennen und gilt auch generell für das Haus, dass sich eben die Anatomie nicht in eine Partylocation verwandelt. Und ansonsten, wenn Sie andere Fragen haben, andere Anmerkungen, dürfen Sie sich bitte gerne an mich wenden, auch bei Problemen bin ich der richtige Ansprechpartner, sprich, wenn Sie sich in welcher Form auch immer unfair behandelt fühlen von Ihrem Gruppenleiter, dann können Sie sich gerne an mich wenden oder ansonsten auch an die Frau Professorin, die hat immer ein offenes Ohr für studentische Angelegenheiten und sprich, wenn es wirklich ganz, ganz schlimme Probleme gibt, dann ist es nochmal besser. Oder wenn Sie auch mit meiner Person ein Problem haben, dann bitte direkt zur Chefin, bitte direkt zur Direktorin gehen, dort sich einen Termin ausmachen lassen und die wird sich dann um Ihr Anliegen kümmern. Ansonsten gilt wie immer, Lob an mich, Dadl an die Frau Professorin und ja, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, wünsche ich uns eigentlich, muss ich sagen, in diesen Zeiten alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit und wir sehen uns dann ab Montag hier im Haus und ich freue mich bereits jetzt auf eine gute und tatkräftige Zusammenarbeit mit Ihnen allen und ich denke, so wie jedes Jahr wird es trotzdem sehr, sehr lustig sein und Sie werden was lernen, wir werden was lernen und in diesem Sinne Tschüss, Baba und bis bald. Peace out.